Ja, 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 fühle ich alle cool. Was soll der Scheiß? Hallo, Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Partie in Splatoon 2 Online. Diesmal versuche ich mich mal an den Liga kämpfen, was sowieso dasselbe Prinzip ist wie Reinkampf, aber dass man hier nicht reingesteigt, sondern erst sieben Runden machen muss, dann erscheint quasi eine Liga Power, das ist sozusagen der Skill vom kompletten Team halt, so wie so eine Zusammenstellung halt. Und ja, ich habe schon einen gefunden, mit dem man wenigstens Duo spielen. Es kommen zwar noch zwei Randoms dazu, aber das müsste jetzt auch nicht so das Problem sein. Und was ich für eine Waffe spiele, habe ich doch gar nicht so drüber nachgedacht. Und auf jeden Fall eine, die ich auf jeden Fall noch nicht habe, aber auf jeden Fall keine Wiederholung und so, weil sonst wäre es ein bisschen doof. Aber ja, lang genug geredet, geht's los hier direkt im ersten Kampf im Liga-Baddle und auch noch Operation Goldfisch. Naja, mal schauen, wie es läuft. Also, bis gleich. Nach zehn Jahren Wartezeit war das hier nun endlich Zeit. In der Burgenwahlpiste im Modus Operation Goldfisch. Ob wir nun den ultimativen Skill haben oder halt überhaupt nicht. Und bis jetzt läuft OPS ja wieder recht gut und ohne Legs. Yay. Deswegen, deswegen wollte ich auch direkt mit Festkampf machen, aber komm, okay, den ersten habe ich ja schon, cool. Oh, cool. Okay, das war nur Assists, aber egal. Soll ich jetzt schon einsetzen? Dann komm, ich mach's einfach. Als ob! Gut, ja gut los, ne. Finde ich wunderbar. Aber! Wir konnten wenigstens etwas reißen, mehr oder weniger. Naja, bis 59, aber das geht schnell, die Zeit einzuholen. Als ob! Ich bin schon fast am Singen hier, what the fuck, alter. Ja, komm, scheiße. Scheiße, komm. Gehen wir jetzt schnell dorthin, bevor es jetzt uns weiter... Nein! Bevor es hier weiter machen können, das geht ja mal gar nicht. Das habe ich überhaupt noch mal als Ulti. Übrigens, ich spiele mit den Empirie-Klecks-Doppler. Anstatt mit dem normalen... Ich dachte so, machen wir gleich eine andere Variante, anstatt den normalen zu spielen. Ich glaube, es wird da etwas langweiliger vorkommen, als von daher. Habe ich mich jetzt einfach mal so entschieden. Oh, komm mit dem, ey. So, komm her. Ja, nice. Und komm, holt euch das Teil. Dann versuche ich das halt. Aber... Ich wollte es unbedingt riskieren. Aber bis jetzt sind wir erst mal im Vorurteil. Das ist schon mal sehr gut. Und bis jetzt hat es zum Glück nur zweimal Kors gelegt. Das ist auch sehr gut. Oh! Oh! Nice, Mann! Nice! Wunderbar! Geil! Also, ich glaube, ich habe da schon meinem Team etwas geholfen. Support war schon etwas vorhanden. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ist schön. Habe mich auch gleich neu eingekleidet. Ein bisschen offscreen auch mal am selben Mann gespielt. Habe auch direkt Kleidung so geholt. Und jetzt wäre es eigentlich nicht der Moment, wo ich jetzt schneiden werde. Aber weil ich so lange gelabert habe, werde ich jetzt schneiden. Also sehen wir uns gleich in der nächsten Runde hier wieder. Also, bis gleich. Die nächste Runde steht wieder an. Hier in der Störwerft. Mal schauen, wie es diesmal laufen wird. Wir hatten ja in der letzten Runde ja schon ganz schönes Glück. Und der Support war schon vorhanden. Aber ich habe ewig nicht mehr mit Klecksdoppler gespielt. Das letzte war mal... Ich weiß gar nicht, ob es offscreen war, so privat. Oder nur in dem einen Part, wo ich die Dualplatscher benutzt habe. Ach, scheiße, ey. Also, die gehen sehr doll an die Offensive. Die Gegner muss man ihnen lassen, ne? Aber komm. Komm, gönne ich mit dir nochmal... Ah, nee, nee, nee. Andere Richtung, andere Richtung, andere Richtung. Ach komm, man hat auch keine Chance, weil das so ein ekliger Schwabber... Ja, jetzt auf einmal, wo es zu spät ist. Fake Japser. Oder Wheel Japser. Wie auch immer. Die Chinesen. Chinesen, wie auch immer. Nicht so asozial wirken. Aber es ist mir egal. Die ist ja recht weit vorne. Ja, wegen ein so ein Ding, ne? Ja, komm, du mich auch. Ey, schön. Warum geht er nicht sofort nach oben? Wie das so ein... Japser. Ich lasse es so dabei. Ey, das ist doch nicht wahr, ey. Und 96, 68, das sind die aber immer noch ein Vorteil. Das ist jetzt auch nicht so geil. Achso, nee, andere Richtung. Komm, komm, jetzt aber. Ah, ich bleib mal lieber hier in dieser Richtung hier. Ja, Double Kill. Nichts gibt's. Und noch ein Ulti eingesetzt. Ey, von da oben. Du scheißbehinderte Schwabe. Ja, fühl dich richtig cool. Machen wir es zu jetzt. Da haben wir alle was davon. Es ist immer noch 68 zu 69. Bis jetzt finden die Gegner immer noch nur mit einem... Kann man Distanz überhaupt nennen? Ist es das eine bestimmte Distanz? Oder ist es nur so? Die Meteranzahl oder so? Na! Achso, oh. Oh, ich lebe noch. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Piss dich. Ey, schon wieder. Aber ich lebe wieder noch. Du kannst mich mal, du dreckiger Schwabber. Nein! Diese... Ey! Das ist weißes Irgendwo. Dieser behinderter Japser. Was ist denn das für ein Scheiß? Du bewegt dich. Ey, das wird das so gleich, ne? Führt im Mittelpunkt. Das darf nicht wahr sein. Nein! Ihr kommt erst nicht hierher. Verpisst euch. Verpisst euch, hab ich gesagt. Ne. Oh, bin ich dumm. Ich hab die Robobahn mal gesehen. Warum lacht ich doch direkt rein? Wie ich fusten. Oh, das war richtig verdient, ey. Als ob man mir so direkt... wie ein Facepalm in die Fresse geklatscht hätte. Ja, du willst mich richtig fisten. Ja, ja. Ich merke das schon. Ja, ja, ja. Fühl dich alle cool. Was soll der Scheiß? Scheiße. Mann. Ey, das ist so wirklich zum Kotzen. Jetzt habt ihr zwar jetzt alles gehört, aber das wirkt mich jetzt gerade wirklich ernsthaft. überhaupt nicht. Kein bisschen. Es kann einfach nicht sein. Aber mal wieder sage ich einfach nur... Unverdiente Scheiße. Verpisst dich mit deinem Scheiße Eimer! Fühl dich gut, du Bastard! Was soll der Scheiß? Drecks Betrug, man. Ja, ey. Der Rage ist wieder surreal. Der Rage ist wieder surreal. Piss dich. Ah, du Scheiße Eimer! Nee, nee, nee. Nö, seh ich nicht ein. Das, äh, nee. Das ist einfach nur lächerlich. Bei so einer Scheiße, ne? Das ist... Der größte Scheiß überhaupt. Und mal wieder hab ich so lange geredet, aber es juckt mich durch. Deswegen werd ich genau jetzt ein Kotzen. Also, bis gleich. Und... Es geht wieder los. Und wir dürfen 2% Leute begrüßen. Yay! Jetzt sind wieder G&K Spasten dabei. Die mich gleich wieder brutals abfangen. Und zum Glück weiß ich, woher kommt. Das Fröngereicht. Da muss ja alle Baguette essen. Okay, das heißt, es wird einer zweist so übelst. Ja, der Rassist, Alter. Okay, so krass jetzt nicht, aber... Das ist aber wirklich so... Egal. Einfach genau nach vorne. Ja! Pinsel! Dann auch noch so ein Spasti, ey. Die gehört gleich ins Gehirn reingeschissen. Ey, das ist... Ey! Wie ich das jetzt schon hasse. Das ist wirklich... Ne. Oh, 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 oh! Ja, komm! Weiter nach vorne, weiter nach vorne! Ich komm gleich... Oh, ich komm auch gleich mit. Okay, das war wohl doch zu spät. Ja, Blaster! Die mögen wir doch alle! Geil! Achso, ich hab die scheiß Bomben. Ich hab zwar im letzten Port zwar mit Pinsel gespielt, aber das rechtfertigt nicht, dass ich Pinsel immer noch hasse! Geh sterben! Nicht verdient! Wir müssen die 35 sich wenigstens noch halten können. Komm, ich nehm die Scheiße jetzt hier. Warte mal, hier war doch hier so ein Dings hier. Schade. Ja, ein Versuch wert, aber das ist so. Dass sie eigentlich alle dahin springen wie die Bekloppten, ne? Zwar werdet ihr meine Hackfresse wieder in einem leicht oder etwas mehr pixelverstreuten Salat wiederfinden. Weil wegen Quali... Und ich hab keinen Bock auf große Dateien. Wegen Kack Internet, da 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 Upload zu lang. Und daran hab ich keinen Bock drauf. Kann das Teil nicht mal so platzen? Dankeschön. Manchmal hab ich so das Gefühl, als hätte ich die Stimmungsschwankung irgendwie, ey. Das ist unmöglich. Komm, ein bisschen nochmal die Ulti aufladen. Weil ich mit dem Chatpack fast keine richtige... Ihr sollt hier nicht nach hinten schwimmen! Okay, das geht noch, okay. Ja, hältst du gerne, drei scheiß Pinsel. Okay, damit... Okay, das lass ich lieber sein. Das mach ich lieber privat. Jetzt in der Aufnahme ist das jetzt mal. Das ist eine ziemlich dumme Idee. Aber ich hatte noch Lack, dass man danach noch den Endgame-Sort turnen kann. Manchmal war das doch spontan, aber irgendwie dann nicht so mal der Fall gewesen. Nein! Alter! Eskalation pur! Ja, Alter, wir sind nicht, was du willst, krass nach vorne zu pushen. Ist klar. Ja, wahrscheinlich! Ja, wunderbar. Ey! Ich hatte immer eine Ulti sogar schon fast aufgeladen. Was ist das hier für eine Scheiße? Verliert das Teil einfach, ist besser so. Geht doch nicht nochmal weiter nach vorne, ey, Arme, na. Ey, Pilze, die einen abfacken! Hier, hier. Eine Runde mach ich noch. Eine Runde mach ich noch. Dann ist aber auch wieder gut. Aber ich hab sowieso schon genug zum Rausschneiden. Für das Zwischentagszeug. Ja, nichts gerissen. Sieht man an der KD? Okay, ist keine KD, weil man die Tote nicht sieht. Nur in der App. Zum Glück nur in der App. Das wär peinlich. Und das ist gut so. Und ich werde doch jetzt erst schneiden, weil ich wieder zu lange rede. Also in der letzte Runde, hoffentlich, haben wir mehr oder weniger Glück. Ich will's hoffen, sonst würde das hier böse, böse ausgehen. Also bis gleich zur letzten Runde. So, in der letzten Runde wird sich nun herausstellen ob wir die größten Noobs überhaupt sind oder ob wir doch nur in der Aufwärmphase waren und jetzt den ultimativen Skill jetzt nun zeigen werden oder nicht. Okay, ich eher weniger, weil ich null Skill hab. Du kannst dich gleich hier verpissen. Dankeschön. Reiswaffe. Jetzt sind sie wieder mal solch bescheuerten Namen. Ach, wir haben sie gerade schon das komplette Gegnerzimmer ausgelöchert. Also go, 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 go. Pushen, 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 pushen. Bis zum geht nicht mehr. Nein, ich hab keine Zinde mehr. Ja. Ich kolle ja nicht zu. Ich hatte keine Zinde. Ich konnte nicht zu. Ich hatte meine Ulti-Scorder fast voll. Aber für den Anfang 72. Komm, da geht noch ein bisschen. Komm, ein bisschen. Noch ein bisschen. Ein bisschen. Noch ein bisschen. Komm, komm. Derzeit werde ich mal meine Ulti aufladen. Passt. Okay, das war doof. Äh. Wow, 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 wow. Nicht so schnell. Als ob. Als ob. LOL. Haha, geil. Ja, also. Ich war nur in der Aufwärmphase und hab mit ultimativem Skill rausgenommen. Meine Fresse. Ähm, ja. Also, langsam kann ich mich aber wieder beruhigen. Also, für die letzte Runde war es richtig, richtig spitze an die Lichtverhältnisse, weil ich mir kein Licht anschaffen kann. Und sonst haben wir es sind spitze. Deswegen, also auf das Licht da hinten. Dann würde ich sagen, war es das hier. Es war recht okay. So zwei Mädels waren dabei, die recht okay sind, weil wir auch gewonnen haben. Alles gut, ja. So ein Ausgleich. Zweimal gewonnen. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, ja scheiß Licht wegen dieser Kackzone. Obwohl es hier noch nicht mal hell ist, aber eher auf der Webcam. Beziehungsweise auf dem Facecam sieht es aus, als wäre es strahlend hell. Aber egal. Dann würde ich sagen, bis dahin in einem weiteren Part hier in Splatoon 2 online. Bis zum nächsten Mal und ciao Leute. Macht's gut. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Bis zum nächsten Mal.